Was ist für mich ein Pferd? Mit einer sehr, sehr schönen Anlehnung für die Reitern und einem Gang und einem Power, das ist wirklich, wirklich hohe Qualität. Das Pferd ist modern, schöner Kopf, schöne lange Linien, aber passende Linien, gute, starke Hinterbein, super Oberlinie. Das Pferd hat ein sehr gutes Fundament mit sehr schönen Hufe, steht sehr korrekt. Ein Pferd mit all dem Power, was man braucht. Ich glaube hier, das ist ein Pferd, das man für viele, viele Stuten benutzen kann. Ich sehe, du brauchst keine Sorge haben mit Größe, mit Gang, mit Typen. Ich glaube hier ist echt ein sehr, sehr besonderer, besonderer Junghengst. Der ist ja fast alles, was man träumt von. Die Mutterlinie hier, Pharrell, Lord Lockley, Damon Hill, Mutter war auch Champion. So, ich glaube, das passt alles. Ein größerer Hengst, 1,70 Meter, das passt genau. Viel, viel Spaß mit diesem besonderen Hengstherr. For real, ein außergewöhnlicher junger Hengstherr mit einer abnormalen Trapparbeit, mit super, super Hinterbein. Ich finde ihn einen Traum, der ist super modern und der hat alles dabei. Sehr schöne Hinterbein, immer mit viel Schulterfreiheit, sehr, sehr gut her. Und die Pferde sind so wenig geritten, aber guck mal her, das ist ein Traum. Ich glaube, wir sind sehr, sehr glücklich, dass das Pferd steht bei uns. Ja, sehr gut her, und der Zirkel in der Wendung, richtig, richtig toll. Super Arbeit her von Jena, super. Guck mal her, der Diagonal, wie die Hinterbein aktiv, die bleibt am Spur. Sehr, sehr schön. Vorne auch, Halsansetzung ist gut, Maul ist sehr, sehr schön. Der bleibt immer schön am Anlehnung da. Galopp, genauso gut wie der Trab. Backauf, schön im Balance. Ja, sehr gut. Auch hier in der Zirkel, ist nicht so einfach mit den jungen Hengsten her. Nur ein paar Wochen geritten, aber der arbeitet so schön mit. Und die Öhren ganz ruhig her, finde ich toll. Sehr, sehr gut. Super Galopp. Ja. Und auch hier haben wir das Zirkel, wie das Pferd sich super gezeigt hat. Mit aktiven Hinterbeinen, Knie, schöne Anlehnung. Und immer vor die Reiter. Also ich glaube, der ist ein richtig super Star, super Abstammung, super moderner Typ. Schritt ist auch gut. Der hat wirklich keine, keine Schwecken, das Pferd. Und der Typ, ja, das ist für mich abnormal. Ich glaube, das war auch einer der große Lieblinge bei der Körung in Westfalen von die Zuschauer her. Ja, guck mal her, das ist ein Traum. Wir sind so froh, dass der Herr bei uns steht.